Siegerwild. Siegerwild gewinnt auch bei uns immer mehr an jagdlicher Bedeutung. Höchste Zeit dieser interessanten Servidenart, einen eigenen Film zu widmen. Begleiten Sie Paul Eric Matzen in den Süden Englands, erleben Sie die Jagd auf diese faszinierende Wildart. Das ist eine kleine Schöpfung auf der Seite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017